Hallo, ich bin Felix Birnbaum und ich bin seit zwei Jahren Schlagzeuglehrer an der Jugendmusikschule hier in Meersburg. Ich habe euch gerade hier einen kleinen Auszug auf der kleinen Drommel, der sogenannten Snare Drum, vorgespielt und das ist so das Herzstück für einen Schlagzeuger. Wir lernen die erste Technik, die ersten technischen Grundlagen und man kann einfach so viele Klänge erzeugen auf der Trommel. Man kann ganz laut spielen, aber auch ganz leise. Genau, das sind eben diese Klänge, die wir hier haben. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, man kann auch an den Rand hauen, man kann einen sogenannten Rimklick machen. Die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt und weiter geht's am Schlagzeug. Jetzt sitze ich am Schlagzeug, dem kombinierten Drumset aus dem Amerikanischen. Hier haben wir einfach verschiedene Drommeln und Metallinstrumente wie die Becken. Am Drumset kann man viele verschiedene Stilrichtungen spielen, da kann man zum Beispiel ganz klassischen Marsch spielen. Man kann aber auch in einer Big Band spielen oder in einer Jazz-Kombo. Oder ganz klassisch in einer Rockband. Hier seht ihr verschiedene Perkussionsinstrumente. Es gibt neben dem Schlagzeug unzählige Instrumente, über 500 Schlaginstrumente, die wir zusammen erlernen können. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, gemeinsam mit mir die verschiedenen Klänge und Instrumente kennenzulernen, dann besuch mich doch einfach hier in Maersburg an der Jugendmusikschule. Ich freue mich auf dich!